Hallöchen Freunde! Und da sind wir wieder beim S-Credit. Wir müssen ein bisschen leise schwitzen. Unten sind nämlich die Leute. Ja! Ja! Thunfischen. Alles einsacken. Weil so vielen Leuten sollte man sich nicht unbedingt in der Stadt aufhalten. Nee. Achtung mal kurz ein bisschen auf die Tür, weil du hast da keine Waffe. Achso. Das ist eine Schreckschusspistole. Das ist ja Trappe. Aha. Ich hab ne Waffe. Hast du? Ja. Ein Hammer. Ein Hammer? Ja. Äh. Das heißt Werkzeug. Okay. Hast du Handspuren? Ähm. Nee. Okay. Okay. Ich kipp dir gleich weg. Tust du dir nicht so auger machen. Achtung. Ich seh den nicht. Und? Nimm weg, ne? Nee, ist weg. Ich krieg's noch mal. Ich krieg's noch mal. Ich hab irgendeine. Also auf dem Asphalt. Hast du? Nö. Ja, also dann. Komm schon, hier runter. Was war ich? Oh. 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 Hammer und weißer. Ja, Hammer. Das andere waren die schwarzen. Ja, leider. Okay, wir sollten ja eigentlich erstmal weg. Jo. Hast du mit zu fallen? Ja, ja. Ich brauche. Wir haben doch Helm auf. Ja, okay. Also komm. Ich soll mal drüben schon rausgehen? Was kannst du noch machen? Hier drüben ist große, mein ich. Das ist ganz hohe, meinst du, ne? Hier ist alles voll. Guck mal, hier ist... Ich hab das Gefühl, umso mehr Leute da sind, umso mehr ist gespawnt hier drinnen. Wir müssen schnell zu Patronen oder sowas kommen. Mhm. Das Memes außerhalb kriegst du halt nichts, ne? Ich geh hoch. Okay, ich hab auch schon hier unten. Das sind nämlich eigentlich meine Waffe, ich geb. Kann ich sowieso nicht schießen. Oh, hier sind Stiefel, hast du Stiefel? Ach, da sind keine Stiefel. Ne, normale schon, ja. Ja, das sind Patonschüsse, das... Und langes T-Shirt, hast du ein langes T-Shirt? Ein normales T-Shirt hab ich an. Zweifach. Hier ist einer mit langen Arme. Ich guck mal so. Ja, auch zweifach, aber lange Arme halt. Besser aus. Aber das ist, das ist jetzt gelblich, ne? Nein, doch nicht. Hast du Wasserflasche bei dir? Nein. Kriegst du gleich. Aber ich mag sie nicht hier oben hinschmeißen, dann ist sie ein bisschen weg. Na, na. Noch geht alles, deswegen so schnell wie möglich looten, aufpassen und raus. Aber das letzte Mal war ja ein bisschen chaotisch. Wenn du Alkohol findest, sag Bescheid, also richtig rein Alkohol. Mhm. Dann kann ich jetzt die Molotow-Cocktail bauen. Wohin? Die nächsten Häuser würde ich sogar sagen, ganz schnell. Hier drüben, das kleine? Ja. Sieht so alt aus, so geil. Sieht so geil aus, ey. Du kannst ja, wenn du willst, draußen umachten. Falls du was siehst. Mhm. Dann schreie ich laut. Guterer Zweck. Auch ganz laut. Und dann schreie ich. Okay, hier wurde sie wohl ordentlich gelootet. Mhm. Okay, weiter. Ich hab das Gefühl, dass hier welche schon hier sind. Einfach mit dem Hammer drauf umschlagen. Wer eine Waffe hat, ziemlich nahe hingehen. Auf jeden Fall essen und trinken einpacken. Ohne Ende. Das ist richtig. Ich gehe schon hoch. Oh, nice, shoot, bravo. Auch hier hat einer noch ein Ding, den wir gemacht haben. Kaufschuss. Toll. Rucksack, brauchst du Rucksack? Ich habe einen 3. Ne, einen 2. Ne, einen 10er habe ich. Einen 10er habe ich. Rucksack? Doch, ich habe einen 10er, ja. Ich habe einen 10er. Okay, dann können wir gehen. Hast du jetzt ein bisschen was dabei, essen und trinken oder sowas? Ja, ich habe eine leere Militärflasche, ich habe eine Wasserpulle dabei und ein bisschen was zum Futter noch. Wir können gehen, wenn du willst. Okay, dann lass uns vielleicht in die neue Stadt gehen. Okay, okay, bin ich dabei. So, diesmal geht es aufs Ganze. Diesmal haben wir ja keine Waffen und sowas da, ne? Das ist wirklich richtig. Ja, macht ja nichts. Kriegen wir noch. Lass uns in die Hütten vorbeischauen. Genau. Auf jeden Fall weit weg von der Stadt hier. Da, wo sie rauskommen, hier hinten, weißt du? Hier. Boah. Wo sollen wir jetzt hier lang? Also wir müssen auf jeden Fall über das Wasser rüber, da rüber müssen wir. Nicht über die Hügel hier drüber, über die Berge. Ich glaube, da drüber ist das Ende nachher. Ja, da, wo wir das letzte Mal waren, wo wir uns gehört haben, da war wie ganz nah an der Hülle. Ja, da, wo wir uns letztes Mal waren, wo wir uns gehört haben, da war wie ganz nah an der Hülle. Wo geht denn der Weg hin? Hier ist aber... Da, wo PassNon? Ja, da, wo ich mich nicht komplett ticked, da war wie ganz nah an den Hülle. das ist so ein spiel so nicht dass ich sehen ich glaube ich bin doch nur ganz alleine hier auf der lese ja eben kein mensch spielt hier das schlechteste spiel und die mussten bauen doch den auto wo gewiss die haben das ist doch nicht unser sein den wir letztens geparkt haben und noch einer sie haben die ausseiten gestellt ich würde den bus kurz an also elke da ist ein tischer da ist mein ganz viel essen hier ja ich habe ich hole mir das essen alles raus ich bring schon mal die reifen weg ja der batterie alles drinnen und das hat er man hat die reichen drinnen das sind vier Reifen drin ja und Öl habe ich jetzt geholt von dem anderen Diesel fehlt hat ne siehst du ja und der andere hat schon Öl das heißt der der Pkw der Pickup wir brauchen nur noch Benzin und in Kürzen alle er hat auch was machst du er braucht es 6 ja auch was zu essen ich habe ganz viel Essen und Öl dabei nein nein ich habe doch kannst du da nicht auch noch explodieren lassen das dauert zu lange wenn du draufschlafen du hast außer hört das wieder ich habe nur noch 6 60% nur noch ja du ja es geht schnell guck mal wir qualmen schon mach es weg ok ich fern hier hoch ich bin hier oben hui das war alles das war alles der brennt alter ne da kommt noch was ich bin hier oben ich bin hier oben ich bin hier oben ein Pumsen gegeben auch Feuer erst bei an die auch das ist ja los das war da alter heute der hier sollt man weg weil das sieht man ja hier hoch ja ich will sehen ausgelöscht das war die weiterlaufen wo bist du weitergelaufen an der hohen und der roten hochkommst du nicht gut wieder nicht gute Tat getan manche ach hier ist die Alfa-Warn ach ja da die Kürtchen zu beheißen sie auch die wurde sich da hinten geradeaus da wo ich guck an den bäumen ja ja da das stören das ist Naturschutzgebiet die haben auch nichts zu suchen nur wenn es erzählt wäre den er auch nicht hat richtig ach Jungs übrigens ach so übernehme nicht auf ach so okay und dadurch nehm schon auf Prozent um umso sie hallo kommunizieren aber ich möchte man sich anbieten in KZ also falls jemand regeln oder ab ja und ist einfach nur geile um Kohl der Park und und was alles auch an er spricht das alles nur klicke losfahren das ist eine ansonsten auch so keine Spaxen drinnen der war beim anderen auch nicht und es ist auch so da ist es ich habe Leben verloren, ich weiß gar nicht wieso alles zu nah an den Bums war es die haben die haben den Bums noch nicht ausgereift das gibt nämlich nur so einen kleinen Knall und normalerweise müsste der riesengroß sein wenn sowas in Luft fliegt ich habe einen Generator hier drinnen, gell Markus? ok kannst schnell mal angucken du kannst jetzt nicht rein, ne? ich kann also jetzt geh nimm mich mit close, weil du noch dran bist guck weg ich bin nicht dran guck weg ja du musst wegkucken, ich habe noch einen Reifen drin, siehste da sind sie drinnen, was mache ich denn? da sind alle Reifen drin, was das denn ey? ähm, brauchen wir Öl mehr, ne? nimm mit für Molotovs Krogteebon aber nicht überdrehen, ne? nein ok, ich habe die eine Reifen drin, ja ok, ich renn weg ja aber nur Leben, nicht das alles er ist so gewalttätig, du, er ist einfach nur gewalttätig er ist einfach nur gewalttätig oh, er räuchert doch ja? ja 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 ich gehe nebenweg, wenn ich zu nah bin, oh ja und oh uah 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 die Explosion hört man gar nicht ne, ne, siehste das ist noch so ein kleiner Bug uah toll, alle Autos sind richtig, cool so, jetzt gebe ich dir was ich weiß nicht, wo du es hieß, naja ich habe die Knarre für dich ok kann ich sie raus tun? was meinst? denk ich mal, ja hast du nicht eine? brauchst du auch eine, ja? ja, 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 hab ich, mach mal jetzt Achtung und jetzt, jetzt ich hab sie yes aber keine Munition, ne? nein, genau wie bei mir auch ok ähm ok, los wir runter oder sollen wir jetzt zur neuen Stadt? zur neuen Stadt eher, ne? ja ja, ja, hat sie neun, ja, ja ok, dann auf geht's die werden sich wundern, wenn sie ihre Autos wieder finden wollen hehehehe das mach jetzt ein bisschen CEO der Fly, wo die Leute hier ne Boote haben ja, macht doch nix warte mal ganz kurz ich muss mal ganz ausschauen ach, übrigens, ich habe jetzt, ich habe jetzt 60 FPS, ne? schon wieder mal ok ja, ich hab's anders, ich hab's anders eingestellt ich hab hier V-Synchron, hab ich ja, ich hab V-Synchron vergessen anzumachen ach so, ok deswegen jetzt hast du an jetzt hab ich an und jetzt läuft das wieder ok coole Knarre die wüssten, dass wir keine Bedrohung haben äh komm, jetzt lass uns die Action mal ok so, los geht's und wohin? wir müssen es hier durch das Gemüsebeet Waffe wegstecken, laufen schneller, ohne verrennen müssen richtig aber, man muss sich einfach vor sich bewegen, das Spiel es ist w Untertitelung des ZDF, 2020